so es geht weiter im schönen herrenhaus oder was auch immer das haus ist ein schönes haus hier das ist das haus der mutter das mutterhaus und wir haben ja eine stadt und mit der können wir dann die jemals spinne machen aber ich will mal kurz das ausprobieren die Wegen auf ja ja ach so ok ich dachte man kann das laufdreigstens kommt die nächste raus lauf, lauf, lauf du hast nie bei dir ja ok 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 jetzt hätten wir wirklich noch äh Medizin gebrauchen können aber leider haben wir nichts mehr aber wir haben wir zum Glück noch ja jetzt haben wir unsere ganzen schlüssigen Chemikalien dafür verschwendet ja ist die Flüchtlinge ja auf jeden Fall musst du zu diesem haa wenn ich jetzt noch wüsste wo das ist ja das haben wir schon das sieht sogar nach dem ausprobieren ich höre doch was hinterher ja schon glaube ich will nicht durch du musst ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr da haben doch muss um also zählt durch rechts rum dann links rum dann der ich weiß nicht mehr es ist das was ich ich habe um und später jetzt hast du auch es muss so ähnlich aussehen es muss sich in der Position sein das ist nicht mehr jetzt muss schon laufen es ist so ähnlich jetzt ist kein doch Magic jetzt noch mal speichern ja ja speichern das ist ne gute Idee speichern ist immer ne gute Idee bevor du willst speichern und dem auf dem Weg dahin bis bricht das kommst du an der Speichern nicht mehr ran so jetzt können wir uns die Dings leisten dieses nachladen ja holen wir uns um das kann ich also jetzt geh bitte sorgsam mit unserem Medizin um weil wir haben jetzt 2 für diese Dinger ich bin abgerutscht abgerutscht alter toll bin ich gar nicht das ist immer noch nicht ganz toll und wo wir sind halt aber jetzt geht es uns in neue Gebiete ach damit sind wir auch mit mir gegangen Mist 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 ne er sei ja noch lauter ja scheiße scheiße sieht lecker aus das ist das Dschungelkämpfer immer nur darauf bis irgendwann mal eine Hatter durchbricht alter ich sag das ist das Dschungelkämpfer gestirbt das das erstmal ich habe mich auch noch keine Hatter verkürzt nein muss viel flüssig schädige Leider weil es kann auch machen nicht das ist das ist das ist so mit dem Panzer wenn ich nicht von der Aufruf zum Beispiel da brauchst du die Dinger hier das unten lag in diesem Gang hier ja auch genau aber hier ich kann Hast du die angemacht? Ja automatisch, automatisch. Ich dachte das wäre da selber rum wo wir letztens waren, aber das war was anderes. Hey, guck mal, das ist die Hey Bro. Hey, Bro. Das ist toll mitnehmen. Achso, ich dachte wir müssen das ganze Teil mitnehmen. Das wäre ein Problem. Jetzt brauchen wir gleich für unseren Flammenwerfer. Hast du alles, die 4? Ja, wir haben eigentlich genug. Ja, damit gehen wir aber jetzt sparsam um. Ah, das war's schon. Du kannst wieder rausnehmen und die Kurve betätigen. Das ist doch noch ein Boden. Ich guck dich gar nicht, ja, na, 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 na. Fick dich! Da kommen wir doch okay. Jetzt ist wieder was auf dem Boden. Jetzt ist das ganz schön verbind. Ja, ja. Ja, ja. Die Frage ist, kannst du es danach behalten? Bestimmt, dass er echt mies wäre, wenn man das nicht mehr könnte. wenn sie jetzt eigentlich draußen ist da fällt das normalerweise wieder bevor wir diesen raum gehen wir könnten das ding auch noch draußen ausprobieren bei dem nest die frage wie lange geht das mit der gesundheit klar und willst du noch mal probieren um die spinnen daran zu kommen und in den anderen schrank stunden der war hier beim salon ich glaube der war beim esszimmer kann man schlecht sehen so ja hier ist das zimmer oder hier jetzt ja aber auf der seite war irgendwo der schrank hier unten ja ich hab dir gesagt die sollst dir raus die gehört mir die läuft da rum oder ich hab nicht ja ich weiß auch nicht WTF hier war ja nichts drin da war ja nichts ha 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 schau her du lästiger scheißer nein nein ah scheiße da das bringt doch nichts nur fangwerfer ja ähm die macht sie entsinchen ja das bringt doch gar nichts okay ich zeig dir mal was okay du miesesstück scheiße ich hab genug von dir ja ja wie unfair ist das denn wie war das mit munitionsverfahren doch wie war das ich ich hab hier verdammten haare flambiert hallo was fällt dir ein das ist einfach zu überleben ja aber er hat sich ziemlich große Schmerzen ne das ist die Frage willst du nochmal neu laden den 2 3 nein nein das ist weiter ähm das habe ich ganz aus den Augen verloren erscheint das ja ich auch aber da geht rechts die holt sich auf jeden Fall die scheiß Drecksinsekten da war das hier direkt rechts um die Ecke AHHHHH AHH hinter dir doch nicht auch das 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 einfach das ja und jetzt nicht mal stop Alter was das das ja ist die Bedrohung Ich hab das Nest probiert. Es ist kaputt gegangen, aber es hatte keine Auswirkung. Haben wir die Kurbel? Wir haben die Kurbel. Die Insekten sind einfach nur nervig. Ihr seid nicht gruselig. Ich zeig euch gleich gruselig. Oder du stehst nicht den Schrank und du hast es raus, aber ich weiß es nicht. So, das war jetzt, glaube ich, direkt links dann, ne? Also jetzt hier... ne. Ne, warte, geh mal... Ja, doch, der ist ja. Okay. Das ist zwei Messer. So, jetzt haben wir Munition bekommen und... ja, noch mehr. Aber wir können immer noch hunderte, okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen was für schlechte Zeiten. Dann kannst du jetzt eigentlich... Haben wir noch die... wir haben noch... Ja, wir haben noch draußen das Nest, wo du die Kurbel anbringst. Ich muss die Kurbel anbringen, äh, komm, wir kommen da noch mal hin. Das war... Das war nix. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Du musst jetzt gerade aus. Ja, hier, gerade aus. Und dann links die Tür und dann rechts rum, dann bist du direkt da. Okay. Der hat auch schon gerade aus. Ja, 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 ist schon klar. Ich überlege, ob ich vielleicht lieber vorher speichern sollte. Ich sollte vorher lieber speichern. Gehe ich vielleicht da durch, zum Speichern? Ja, aber da ist auch ein Salon. Und da muss ich nicht durch die Mücken. Wohnhaus. Ja, da muss ich nicht durch die Mücken. Das ist, äh, vielleicht etwas... Wenn du da wachst. Ich wollte den krass. Alter, ich bin auch echt nicht stark angeht. Aber ich dachte, das ist... Das ist nur die Farbe dann, ne? Äh, das sind Lebensbalken. Ich dachte, das würde weniger, aber das ist die Farbe. Also, das ist nicht wahr, okay. Haben wir eigentlich... Ja, ein Kraut, das wird... Kurz hier ein bisschen was einräumen. Äh, ich sehe das da. So. Ich mache einfach jetzt hier. Ja, mach, mach. Und jetzt einfach durchlaufen. Run by Run. Ich muss echt hier voll taktisch vorgehen, ne? Wie viel kannst du jetzt, äh... Das mit den Bienen ist so scheiße, dass sie so schnell wiederkommen. Wespen? Das sind ja noch keine Bienen. Ja, vorderste Mücken, wie gesagt. Ja, Wespen, Mücken... Das ist alles. Nur keine Bienen. Das ist halt so scheiße, das wird... Ja. Das ist irgendwie komisch. Also, wenn sie wiederkommen, okay. Aber nicht so schnell. Das Nest auf. Sofort. Ähm, nein. Ja. Jetzt musst du das... Ich darf... Ich muss sie halt ignorieren. Ich kann mich nicht um die kümmern. Ja, ich weiß. Ich wollte wegen der alten... Ah, da ist doch ne Kiste. Ja. Muss auch noch hin. Ich hab erstmal die alten... Ich noch hier jetzt. Bis die Schuhe gekommen. Ist doch der Schuss, bitte. Und jetzt hat er anderes. Dietrich, okay. Ja, ich weiß. Ähm... Und jetzt das nächste auch mal, ne? Ich muss, ich muss, äh... Nehmen. Alter, ich muss dann... Das muss echt scheiße schnell gehen, ne? Okay. Wish me luck. Was ist denn die Schuss? Ich muss sie weg. Ich muss sie weg. Das war so schlimm. Ich muss sie weg. Ich kann sie weg. Oh, Alter. Oh, Alter. Ah, Alter. Ich muss sie weg. Und jetzt stehken. Ich glaub da sind auch so fette wie hinter dir, ja. Ja, das Messer. Ficken! Du kannst die Messer komplett zerstören. Ja, vielleicht weiß ich nicht. Die hat grad was gesagt und da bist du. Der Krähen-Schüssel! Ich weiß, wofür der ist. Ich auch. Wir haben keinen Platz mehr. Du hast keinen Platz mehr, ja. Aber alles könnte sinnvoll sein. Du könntest sowas kombinieren, um jetzt erstmal Platz zu schaffen. Oder halt rennst den ganzen Weg zurück. Ja, ich... Aber... Das ist schon mal was. Ähm... Die Kurbel schmeiß ich glaub ich auch kurz weg. Warte mal. Du brauchst doch glaub ich einen Krähen-Schlüssel im Haus. Für die Treppe oben. Wenn es nicht rein, die Alte ist dahinter. Scheiß doch, wie ich Messer nicht weg, ey. Die greift mich ja nicht an. Die greift mich ja nur mit diesen Mücken an. Hallo, Alte! Ich habe gesagt, du sollst hier raus, Digge! Nein! Was heißt denn erstaunlich? Ich hab mich scheiße genannt. Egal. Hallo! Ich fühl mich jetzt echt gemobbt. Ich hab in diesem Haus immer noch nicht die Orientierung, ne? Nicht so ein bisschen. Aber ich... Ich geh jetzt lieber wieder hier hin, weil... Weniger Mücken... Weniger Schaden... Wir haben ja schon ein bisschen Schmerzen. Jetzt laden wir das Zeug ab. Holen uns diesen verdammten Krähen-Schlüssel. Nein! Nein! Okay, jetzt... Wegen Rainbow. Wegen Rainbow. Aber ich... Aber wir waren eh verletzt. Also ist es okay. Wir waren verletzt. Das zählt. Ich hab was nicht gemacht. Ähm... Also... War es viel schlimmer. Ähm... Den brauchen wir erstmal nicht, oder? Ja. Scheiß auf den erstmal. Aber du hast es geschafft, diese Nester komplett zu zerstören an der Brücke. Ja. Und die anderen? Vielleicht muss man häufiger drauf ballern. Ich weiß nicht, ob die Kurbel können wir glaub ich auch grad mal lassen. Scheiß auf die Kurbel. Ich brauch einen Platz. Ja. Die Kurbel hast du jetzt schon zweimal im Haus zu schnell gebraucht, ne? Ja. Ich glaub das brauchen wir jetzt nicht immer. Krautbehalten. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wofür brauchen wir die Chimikage? Später für... Dann nimm wenigstens die Kurbel mit. Ja, weißt du? Okay. Okay. Wir nehmen dafür gleich noch die Münze mit und den Schlüssel. Okay. Das mach ich auf jeden Fall noch. Ähm... Nimm mal speichern. Ja. So. Jetzt wird die alte gemessert, ey. Ah naja. Nicht direkt die alte, aber... Ah naja. Ihre Kinder. Ich frag mich, ob der Lucas auch so tolle Fähigkeiten hat. Also ihm wächst ja auch ne Hand nach, ne? Er macht irgendwann mal was. Mir freut es nur was. Also wir haben ja gesehen, ihm ist einfach so die Hand nachgewachsen, ne? Ähm... Kurz noch, das wären meine Schritte. Äh... Wir gehen hier durch. Aber das... Da ich jetzt einfach durchkomme, dann flambier ich das nicht. Ähm... Ja, hab ich aber dann... Ist ja kurz irgendwie... Hallo? Alter, aber ist... 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 ist dir nicht langweilig? Vielleicht brauchen wir für dieses Ding den D-Trächt für diese eine Schublade. Ja, stimmt. Könnte sein. Könnte sein. Ah, verdammt! Kannst du jetzt mal zu machen, ne? Wenn es auch mal dahinter raus ist. Oh, kacken! Scheiße! Und Pömpel! Pömpel! Pömpel zu wegmachen! Aber ich würde gut gemacht. So ein Scheiß aus, außerhalb des Hauses stinkt's nicht. Das glaubst du, warum der Sumpf entstand ist, weil die ganze Zeit... Das hat Generation hat wieder reingekackt. Das war früher mal ein schöner Klaser. Deswegen sind die Kran. Ähm... Wir gehen aber jetzt noch nicht in diesem Haus hoch. Ja, ich versuch den Dietrich noch mal nehmen. Ja, ich versuch den Dietrich noch mal nehmen. Oh, dann geh wieder aus. Oh, dann geh wieder aus. Schüsse mich nicht. Ganz durch, ne? Ja, lauf. Mach mal was. Ja, ich versuch den Gasbinder aber noch ganz weit weg. Oh, es geht ja noch. Oh, es geht ja noch. Ah, ich glaub du musst mehrmals auf den Schießen. Ich glaub schon. Kann das funktionieren? Ja. 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 Oh. Auf. Ich weiß nicht. Aber wir können dich endgültig vernichten. Schau her! Du lässiger Scheißer! Nein! Alter, fick dich! Ich kenn mich gar nicht. Nein, es geht doch nicht wieder speichern. Nein, nein, wir gehen ins Haus rein. Ich würd noch nicht nach oben gehen. Da steht, geh nicht hoch und dann durchgestrichen. Ja, okay. Ich würd die beiden machen. Ich mein, im Haus gibst du mich auch noch im Raum, wo du das machen kannst. Kannst du dann machen, weil die Folge ist das... Ja, toll. Aber zum Glück ist die alte halb blind, ey. Aber okay, jetzt wissen wir, wir können diese Dinger ganz zerstellen. Also man muss mehrmals drauf schießen. Ja, da geht das. Und sag mal, ich würd gerne nachladen. So, Muni haben wir. Krähenschluss haben wir, Coop... Okay, die Münze können wir wegtun. Oh. Wir sammeln vielleicht was für diese eine Waffe, ne? Weil... Ich würd diesen Nachlader brauchen wir nicht, oder? Naja. Es ist ja nur... Ja. Ist egal. Okay, ähm... Wenn man alles anschaut. Speichern... Ja, okay. Hallo? Ich möchte keinen speichern. Genau. Okay, gut. Wir können speichern. Oder vielleicht doch. So, wir gehen jetzt nicht zum alten Haus, aber wir wollen erstmal ins andere Haus. Und das macht dann der Mario. In der nächsten Folge. Ciao. Macht's gut, haut rein. Ciao. ued sac cohort wieder. Doch alles. 於 ist weiter. hö courter-